diesmal habe ich sogar was drin und zwar meine maus was geht core hier und ja ich hatte gerade die nicht mal die kraft die das mikrofon aufzubauen ist ein bisschen kompliziert hier ich nehme es einfach mal in die hand hallo dann ist der ton wenigstens besser ich wollte ein kleines update video machen zu dem letzten dass ich gesagt habe da ich so fertig bin und wie auch letztes mal schon gesagt wie geht es eigentlich natürlich sehr gut im inneren so bin ich mega glücklich und ich bin dankbar für alles was ich habe und so geht es mir gut aber alles social media arbeit und so weiter und so fort wurde einfach zu viel und deshalb habe ich ein bisschen pause gemacht ich habe nicht wirklich pause gemacht auf youtube ich habe immer noch jede woche ein video hochgeladen und ich habe immer mal wieder auch auf tik tok hochgeladen aber ich habe irgendwie eine eine kreativpause gebraucht eine wo ich wirklich einfach mal nichts versuche neues anzufangen sondern einfach nur bei dem zu bleiben das ich kenne und ja aber ich denke das hat gut funktioniert oder wir hatten ich hatte ein video über versuchungen macht ein video über enge gemacht ein video über was ich noch so gemacht habe keine ahnung und ja und ich habe gedacht es wird langsam alles wieder und alles wieder gut aber trotzdem bin ich irgendwie an dem punkt wo wo es immer noch nicht so ist wie es davor war also da sich wirklich jeden tag etliche videos machen könnte planen konnte und so weiter und so fort sondern es war immer dieser punkt dass ich mir vornehmen komme jetzt jetzt arbeite ich an einem video und dann sitze ich da und dann kann ich mich null konzentrieren und alles andere ist wichtiger als mich da jetzt drauf zu konzentrieren und ja das ist so ein bisschen so stand jetzt aber ich habe vielleicht ein lösungsvorschlag es ist warm deshalb mache ich das genau lösungsvorschlag und zwar ist jetzt immer mehr häufiger das wort sabbat in den raum gekommen also klar ich habe ein video darüber gemacht dass wir die zehn gebote sozusagen nicht mehr halten müssen und da drin ist der sabbat aber der sabbat als sinn halten und zwar dieser ruhetag der tag der uns gut tut der tag den gott geschaffen hat also er hat sechs tagen gearbeitet und am siebten tag hat er geruht aber natürlich meine ich nicht sabbat halten also speise gebote und essen und freitag abends bis samstag abends oder wie auch immer sondern einfach nur diesen ruhetag und ich habe nach längerem nachdenken jetzt mal entschieden okay das soll bei mir der sonntag sein also jetzt sagst du dir wahrscheinlich ja jeder hat doch frei am sonntag ja außer leute die versuchen kreative videos zu machen die haben gefühlt sind sonntag ist der einzige tag wo man mal zeit hat videos zu planen wie es vielleicht sogar aufzunehmen und ja weil man da so viel zeit hat aber diesen sonntag war richtig schön und zwar habe ich wirklich nichts gemacht ich bin aufgewacht und habe einfach gebet den tag gestartet und habe einfach entspannt ich habe playstation gespielt ich habe meine frau gequatscht ich war essen einfach super entspannt war das und ich denke das müsste ich häufiger reinbringen weil ich glaube es hat einen grund gehabt wieso das in den gesetzen stand und zwar in 5 der mose 5 12 bis 14 heißt es ja den sabbat sollst du halten dass du ihn heiligst wie der herr dein gott geboten hat sechs tage sollst du arbeiten und alle deine werke tun aber am siebten tag der sabbat des herrn deines gottes da sollst du keine arbeit tun auch nicht dein sohn deine tochter dein viel und so weiter und so fort also einfach nur dieses dieses abschalten und ich habe mir auch so vorgenommen wirklich mal mein handy an einem sonntag auszuschalten was noch nicht funktioniert hat ja einfach mal abzuschalten klar ich kann mir einen termin machen dass man essen geht oder so aber wirklich mal abschalten und ja das ist so der stand jetzt ich denke es ist einfach mal zeit ruhig zu werden ruhe zu machen eine gesunde struktur weil wir haben in deutschland haben wir das irgendwie ja ok wie kann ich noch jeden freien slot planen dass ich mehr zeit habe und so bin ich halt auch also klar wenn es um meine arbeit geht so bin ich ein bisschen entspannter aber wenn es um alles andere geht so dann versuche ich extra früh aufzustehen damit ich noch sport machen kann extra keine ahnung während des duschen ein video zu gucken damit ich nicht während der arbeit ein video gucke oder irgendwie sowas und alles also zu takten dass ich möglichst viel mit meiner zeit mache was ja an sich gut ist aber irgendwann ist es zu viel außerdem brauche ich auch mehr ich habe das das ist gar nicht mehr zur zeit diese diese dieses bibelstudium nur für mich sondern es ist immer ein bibelstudium für die small group immer die bibelstudium für eine andere gruppe immer ein bibelstudium um irgendjemanden irgendwas weiter zu geben aber nie habe ich es also in letzter zeit dass ich wirklich nur das wort lese um irgendwas von gott zu empfangen irgendwas rauszuholen und ja das brauche ich gerade also wir haben meine frau und ich haben jeden mittag in der gebetszeit was auch voll gut ist und voll entspannt und dich mal runter bringt aber ich brauche wirklich dieses zeit mit gott und gott die zeit geben eine sache die ich da noch rausgenommen habe aus dieser ganzen erfahrung sabbat halten und sowas ist angst um meine ressourcen zu haben und zwar denke ich mir wenn ich meinen tag abschalte dann hänge ich hinterher meister dann 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 fehlt mir der tag wo ich eigentlich die bibelstunde vorbereitet habe wo ich bibelstudium gemacht habe wo ich genug gebetet habe oder irgendwie sowas aber ich glaube das ist so dass wenn wir gott zuerst unsere zeit geben und so ist es ja auch mit dem geld und mit den talenten und wie auch immer wenn wir gott unsere zeit zuerst geben wird er uns viel 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 mehr zurückgeben und da glaube ich fest dran und das aber diese überwindung sich zeit zu nehmen um sie gott zu geben ist eine überwindung und genau das das muss ich jetzt erstmal versuchen und testen und dann mal sehen wie es weitergeht aber ja diese woche wieder keine spektakuläres video einfach nur ein video über wie es mir geht und ein kleines update video ja weil ich das auch gerne ich mache auch das hier gerne auch wenn es vielleicht nicht viele views bekommt aber es geht mir eher darum dass ihr wisst so hey was es geht mit diesem komischen typen hinter der kamera oder vor der kamera und ja dass ihr seht dass nicht immer alles happy klappi ist weil wir immer noch in diesem blöden fleisch sind nein natürlich danke gott für den körper den mir gegeben hast aber wir sind immer noch vergänglich wir werden müde wir werden kraftlos wir haben hunger wir müssen schlafen und und genau das möchte ich mit euch teilen und danke dass ihr immer da seid und dass ihr mir auch immer zuhört und dass sie mir kommentare schreibt und dass ihr immer mehr werdet gerade als wir sind ich weiß gar nicht bei 600 oder so und ja ihr macht an sich ja auch spaß das ding ist nur ich habe gerade ein bisschen weniger kraft aber auf discord habe ich jetzt versucht die leute zu mobilisieren und wir wollen zusammen jetzt die videos wo ab und zu mal ein video planen und mal sehen wie das wird und wie gott da wirkt jetzt das war es mir war wir sehen uns nächste woche mit einem ausführlicheren video wahrscheinlich keine ahnung und sich noch ich habe ich plane nicht planen woche für woche ich sollte mal mehrere videos in der pipeline haben aber nein es ist ich lass mich leiten vom heiligen geist jeden tag jeder woche naja dann war es das auch schon wieder hier schönes mikrofon ihr da alles klar ja mal Untertitelung des ZDF, 2020